Hallo, ich heiße Jean-François Lambert, Geschäftsführer bei Rotax und Vice-Präsident für Produktentwicklung und E-Mobilität. Mein Team bestät aus MitarbeiterInnen und Mitarbeitern in Österreich und in Kanada. Ich liebe, was ich tue. Erlauben Sie mir, Ihnen zu zeigen, was wir gerade entwickeln. Die Welt des Motorsports ist aufregend. Schauen Sie sich einige unserer Fahrzeuge an. Wir streben dabei immer nach den besten Technologien. Wir haben acht Motorenfamilien, darunter zwei und vier Takt Verbrennungsmotoren und Elektroantriebe. Wir entwickeln nicht nur, sondern produzieren auch Turbolader, Loyal und Kurbelgehäuse mit Plasmabeschäftung im Haus. Ebenso, die Entwicklung der ECU-Software und die Getriebe erfolgen im Haus. Wir stehen vor einer geheimen Testanlage. Mal sehen, was sich hier tut. Hier ist Taranis, unser neuestes E-Antriebsprojekt. Ingenieure optimieren die Leistung in Vorbereitung für die Rennstrecke. Wir lieben diesen Teil des Jobs. Das ist erst der Anfang. Im Bereich Elektroantrieb wird noch viel mehr kommen. Lassen Sie uns nun in den Prüfstand gehen. Hier haben wir einen 900 Kubikzentimeter, drei Zylinder Reihenmotor mit Turboaufleitung, der 200 PS liefert. Das Team verbessert ständig das dynamische Ansprechverhalten, um dem Kunden das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten. Wir sind ein aufregendes Unternehmen mit einem großartigen Teamgeist und haben sehr viel Freude in der Welt des Motorsports. Wir suchen Talente in der Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Marketing, Personalwesen und Finanz bis hin zu ISIT. Kommen Sie in unser Team!